ja diesmal das kann es ist ich gehe hier unten ich gehe hier hinten in Lama ich weiß hier kommt klar abgelegene hier insel und ich bin frühestens in zwei Minuten dort jetzt drückt die Gießt da alles vorbei ja geht es gut oder schlecht das ist ich weiß es oder streng dich mal wieder an okay ich treme mich dann auch an ich komme versuche so schnell zu kommen wie es geht er ist dann noch ein Lama ich glaube das noch ein Lama oder das auch ein Lama ich weiß nicht ich kann auch nicht erkennen wenn er es ist ein blaues Boot das sah bis so aus sind die Gegner on you so wie ich oder push nicht so hart ich bin auf dem Weg ich bin auf dem Weg ne losgut das sieben genusgut das sieben genusgut ja ich bin auf dem Weg ach so rechts von uns die haben die feinden die grannels die ist meine die ist meine die kommt die kommt die haben zu leben gekonnt oder die haben denn die ich kann nicht durchschießen was ist gesteilt das ist meine spaß ich will dich mit bandage ganz voll was denn welcher komplett vollmetz jetzt habe ich doch gestern auch gesagt ohne das kann ich auch so im sprung medizin gegner ich habe große bekommen hinter uns wo hast du das schild hast du noch schild wir denken die wirklich dass ich so dumm bin eine minus 20 blut der rechts hat minus 20 noch mal jetzt ist es nicht schlecht achten noch mal kommen ich gehe mal ein bisschen weiter nach hinten da kann ich erst so ein bisschen voll Ja. Ja. Mit, äh, mit, äh... Okay. Oh, geil, ich hab's gesehen. Äh, kriegst du nicht viel Weiped. Ey, ich hab getroffen! Nee, hast du nicht. Ja, tschuldigung. Ja, du hast dich nicht getroffen. Hast du beide? Nice. Was denn? Die ganze Zeit, hier liegen nur noch Minis. Ja, guck. So, ich geh mal her. Was? Minis, ich kann stacken. Was? Ja, ich kann die auch stacken. Ja, ich glaube, die einen nur mitnehmen würde. Ich hab' ja eh noch bin ich leider sogar. Ja, mach aber... Markierung weg. Mach Markierung weg. Markierung weg. Wie viele Kürze hast du? 1 oder 2? 2? 3. 3. Okay, dann sind wir nicht mehr Minis. 1. Ich guck mal, ob ein Zuschauer drin ist. Ne. Anonymen hat Levels... 13 erreicht. Wohl der Level 13. Krass angefangen, Partner zu spielen. 3. 4. 9. 1. 2. 2. Bei mir sind die zwei Gegners. Dock. Haben die die schon sehen? Nein. 2. ja die gehen sind runtergegangen wenn ich das hochgehen auf den berg und dann lasern okay nicht schießen bitte das einfach hier hochgehen und dann wenn die irgendwie abwohnen oder so und dann stehen bleiben dann schießt du hinter dir zu holz noch angekommen das meine ich komm her ich sehe es gerade wir sollen sogar ich gebe ihm zwei ich gebe es wenn er gewonnen ist der 6 denn es ist also ein Ort er hat zu tun das ist doch was sind nachzudenken ich möchte ich noch wenn noch eine höhere ist dann und kriegst diesen diesen Ort den roten nur diesen maut im battle pass mach bereit nach aufkämpfen das stimmt ich hab keinen bock mehr auf deine kopfhörer okay gut mach bereit kann ich nicht nur ohne kopfhörer stehen nein warum nicht nein das ist so laut dann hör ich dir jetzt auch ich höre ich trotzdem natürlich ganz morgen ja gut der das nicht an der mut ich hab ja die ganze große für eine halbe sekunde ich ich ja gut pro wo ich versuche dass du Ärger bekommst nur dafür nur das Tuch übergeschmissen hast schickte keine den den die 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 der die heiler die 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 das spielst du so früh raus ja das gerade hängen bleibt aktiviert und dann wieder nicht natürlich auch hier doch nicht also ich höre es nicht so doll ja ja ich höre es nicht so doll noch mal make-up weg du machst die ganze zeit hängen blätter aus hängen blätter einhängen wird was ja es kommt niemand mit glaube ich es kommt niemand mit ja direkt mit banken das regnet zu tun ich auch aber wenn es so da regnet habe ich keinen bock ich habe gewonnen übrigens in erne ja du tanzt wackeln du baust ab ja noch mal bitte leise ja ich hätte eine sonst lauter als meine ich weiß immer noch komplett laut zwei leise oder so dann mache ich bei mir lauter weil wir am Kommentar weiß ich nicht nein jetzt nicht mehr vor was ich nicht für sie kommen er ist nicht mal mehr drinnen er guckt nicht mal zu das faktor das ist so laut ist ja du brauchst die ganze zeit ab im kopf heran spielen kannst du mit dem kopf heran spielen ja ich höre sonst nichts weil ich alles von dir hör und dann können wir gleich aufs blitzkrieg spielen ich höre ich sag mal was durchsetzt der erste was hast du getrunken natürlich was dann schild getrunken hast minis blitzkrieg ohne blitzkrieg so ja war die runde davor auch cool hast du rocket muni ja ab ne 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 nimmig locker geht es war die schlechteste und unbequiz gedroht trotzdem ich habe ja endlich mal schuld was du noch minis ja das minis was du sagst du du sagst nichts dann bin ich bei 0,5 sekunden und dann gönne ich mir trotzdem ja sagen weil ich höre dich nicht es regnet irgendwann gegner bei mir ich habe drei rocket schuss frau mir wann gegner wo genau markier mal ich sehe es wenn du einmal piek dann ist er tot lol ich war so gefühlten zentimeter über ihm über seinen kopf drüber weil er hat sich gedruckt also er stand hat sich gedruckt und alte die ich gütte zum noch da oben auf der weg das ist ein pinkerskin das ist doch so ein pinkerskin oder nicht wo ist die ich kann werden dass sie schwimmt ganz sicher der zon ist ja nicht ich könnte werden dass sie weg geschwommen ist und sie spricht schon mit dem strom wenn sie in die zonerein schuld dann stimmt sie mit dem strom ja man würde sogar sinn machen wenn sie abhauen ja die sind da hinten eine noch einer noch 20 nein es ist wir sind andere ich habe ein kül bekommen ja ja bei mir ist das ein losgehen oder der zuviel zonen schaden ja ich war unter ja ja und da gibt es die effekte ja so viele minis hier oder als rocket money oder dann bricht nämlich den rocket lander nicht mit mit zwei schuss lohnt das nicht weil sie noch gegner bei mir naja hier oben ohne zone 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 nein die ist nicht schneller als ich jetzt willst hast du ein müssen der ich top 12 bekommen meine augen wie ich auch diese gegner bei mir der koronavirus einer füge eine one-shot von anderen ja von rechts sind für nicht gut ich habe noch medikus so dass ich dir auch gerne es hat nicht wo er ist obwohl wir wie weit ist denn die zone würde dies anders hier rosa parker pakistan eine minus 55 ok macht das so Ich glaube, Gott, dass du mit dir gehst. Ja, ich kann das noch nicht mehr. Ja, Digga, werde ich wieder abgestaubt, Alter. Wie viele Trophäe? Digga, dieses Game packt mich halt irgendwie teilweise richtig ab. Wie viele Trophäe? NCR? Ja. 4.645. 4.645. Ich hatte vorher 4.788. Ja, irgendwie so. Also nur 100 im Minus ungefähr. Ja. Herr Freddy, der legt mich die ganze Zeit ein. Der ist nicht viel. Ist es nicht. Der ist in 3 Kämpfe. Ja, 4. Digga, der legt mich die ganze Zeit ein, Alter. Ich kann den Mega-Fotier auch nicht lösen. Digga, bist du ihm noch, ne? Ich hab jetzt mal die Schreie. Was? Ich hab ihn gemacht. Nein. Bitte. Ja. 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 Ja.